Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum neuesten Overwatch und endlich kann ich folgende Info in einem extra Video rausdödeln. Und zwar gibt es schon seit, ich glaube seit zwei Monaten oder sowas, wöchentliche Skin Giveaways. Jede Woche geht ein Skin raus und zwar geht das Ganze auf Twitch, aber ohne dass man da ist. Also man muss nicht live irgendwie mit dabei sein. Es geht an jeden Subscriber, beziehungsweise die ganzen Subscriber sind eine Liste und jede Woche geht an einen, dieser Subscriber ein Skin. Also mehr oder weniger vollautomatisch, beziehungsweise man wird von mir eben einfach angeschrieben, hey du hast gewonnen. Also auf Twitch wird man angeschrieben, man soll halt ab und an in Twitch kurz reingucken, ob ich geschrieben habe, so Dienstag schreibe ich meistens. Und da bitte ich dann um den Trade Link und dann haue ich den Skin raus. Und da ging jetzt schon einige schicke Sachen raus, auch einige mittelschicke, also ich fahre natürlich nicht grundsätzlich da jetzt Knives raus oder irgendeinem sowas. Ähm, ja. Aber es gibt eben einfach jede Woche einen leckeren, einen leckeren Skin. Es gibt generell einige Infos, die ich schon... Hat er gerade eben durch die Wand gefressen. Es gibt generell einige Skin-Info-Videos, die jetzt nach die Tage kommen, weil auch wieder gefragt wurde, wie sieht es aus mit YouTube und hin und her. Ähm, aber ich muss mich jetzt nochmal ganz kurz konzentrieren. Hat er, hat er eigentlich schon irgendwas gemacht? Das kam ja nicht so vor. Also gut, den hat er jetzt natürlich kommen, hören und sehen auf dem Radar, weil der Mate da ja gerade gestorben ist. Aber das gerade eben, was war das denn gerade eben? Er wurde einfach genatzt von seinem, äh, von dem Gegner durch die, durch die Wand. Klar, die Wand ist sehr dünn. Ähm, und vor ihm waren auch zwei Mates gestanden. Also vielleicht war es auch nur ein Luckshot. Aber falls ja, ging er echt hart in die Fresse. Ich muss ja aber gucken, ob, okay, ob er hier am Cheaten ist. Und das sieht, hä, schon irgendwie in Richtung, es geht schon irgendwie Richtung Wallhack und vielleicht auch, äh, eine Aim-Unterstützung. Gerade eben der Headshot ging ja doch ganz, ganz chillig rein. Wir achten mal drauf. Ähm, ja. Das ist so eine Sache, die ich, die ist zwar schon ewig im Livestream drin. Also die wird im, 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 im Twitcher immer angezeigt. Und die Leute, die eben, die ja die ganze Sache nutzen, wissen natürlich auch davon. Aber ich, der, ja, er hat ganz schön geprefylt gerade eben. Aber ich dachte mir, ich sag es einfach mal jetzt in einem extra Video. Was heißt, ich dachte mir, ich wollte das jetzt schon die ganze Zeit machen. Kam aber nie dazu, weil es ständig irgendwas war, ständig irgendwas anderes anzusprechen war. Beziehungsweise ich es auch einfach vergessen hatte. Aber jetzt wisst ihr Bescheid. Also es gibt jede Woche ein Skin-Giveaway, das praktisch komplett von alleine abläuft. Über, wow. Ähm, über Twitch. Man muss nicht live sein. Man braucht, man muss Abonnent sein vom Twitch-Kanal. Und das war's. Und da wird man von mir einfach angeschrieben. Und weiß dann Bescheid. Also ich bitte dann einfach nur um den, um den Trade-Link. Und dann bekommt man seinen Skin zugeschickt. Und, äh, ich hab auch noch zwei Dinge. Ich weiß nicht, ob ich dafür ein extra Video machen soll. Ah, erstmal, warte ich im extra Video. Oh, was? Das war's schon, what the fuck? Wie lange ging das? Drei Minuten. Willst du mich verarschen? I think he won't have a flash, Mirren, ne? Äh, ja. Das ist jetzt irgendwie bescheuert. Ich, ich, also ich denke, Vision hat da auf jeden Fall, aber jetzt hab ich, ich hab auf Amos nicht extrem geachtet. Irgendwie, also, äh, 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 ich glaube, ich lass es mal so. Obwohl der eine schon echt gut reinging, mein Sohn. Ha, ich weiß es nicht. Fuck, ist es kurz? Ist es kurz? Ha. Ich, jetzt bin ich mir sehr uneinig gerade. Hm, ich glaube, ich lass es, ich lass es so, weil ich, hier bin ich mir doch sehr, sehr sicher, aber hier irgendwie dann doch nicht. Das war zwar, die eine Sache war krass, aber sowas kann ja grundsätzlich mal passieren, dass man krass was drückt. Aber eine Drei-Minuten-Demo, oder wie man das dann hier nennen mag, das ist schon wirklich sehr kurz. Das ist schon wirklich etwas kurz. Ich guck mal ganz kurz rein. Was ich als nächstes rauskloppen wollte, könnt ihr euch mal geschwind zeigen. Also hier an den, an den nächsten Subscriber. Aber ich glaube, es war eine Franklin. Ja, ich glaube, es war eine Franklin, genau. Die gibt es dann, jetzt dann kommende Woche, beziehungsweise diese Woche eben, Ende der Woche, Anfang nächster Woche, wird jemand von mir angeschrieben, der dann eine P250 Franklin bekommt. Also hier nochmal, man braucht nicht irgendwie live dabei zu sein und irgendwie zu schreiben oder wie auch immer im Livestream selbst, weil es ja viele gibt, die sagen, hey, ich kann jetzt nicht regelmäßig bei dir zugucken. Ich bin zwar manchmal da und so, aber leider habe ich, ja, habe ich nicht grundsätzlich Zeit. Also man verpasst dieses Giveaway nicht. Da man, ja, von mir einfach gezogen wird aus der Liste der Abonnenten. Wenn ihr abonniert, kommt ihr auf automatisch, werdet ihr von Twitch auf der Abonnement-Liste natürlich geführt. Und da sind im Moment auch nur, wie viele sind da jetzt gerade wieder drin? Ich glaube, wir waren mal 36. Jetzt ist es aber, da das Abonnement ja jeden Monat ausläuft, zumindest bei einigen, sind wir jetzt, glaube ich, wieder 25. Also man hat auch ganz gute Chancen, da dann auch mal was abgreifen zu können, weil das natürlich nicht so überfüllt ist, wie jetzt die Abonnentengeschichte auf YouTube. Und vor allem ist es halt auch einfach deutlich hier dingsicherer, also Skingeyer-sicherer, gesichert, weil ein Skingeyer höchstwahrscheinlich kein Abonnement auf Twitch da lässt. Das heißt, da bin ich auch auf der sicheren Seite und weiß, es geht einfach an Leute, die eben einfach am Start sind und wenn sie nicht live am Start sind, dann zumindest eben Unterstützung bieten oder liefern. Und da kann natürlich auch gerne was rausgehen. Ja, also eine P250 Franklin gibt es dann demnächst für den, was ist denn heute für ein Tag? Heute ist Donnerstag, genau, meistens so Sonntags. Ja, Sonntagabend gucke ich kurz durch und dann wird der Gewinner festgestellt und Montag, Dienstag schreibe ich dann die Persönchen oder die Person an. Ja, das war es eigentlich soweit. Jetzt haben wir lächerliche sechs Minuten. Na gut, sechs Minuten gehen ja ganz in Ordnung eigentlich. Ja, ich nehme einfach mal direkt das nächste auf und da kann ich die weitere Info noch rauskloppen. Dann hören wir uns im nächsten Video, Livestream jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 19.30 Uhr. Macht's gut, ciao, ciao!